sag mir was ist im innern eines menschen guten morgen herren wo wohnt darin die liebe wo die wahrheit wo die gedanken und der wahnsinn oder die erinnerung ihr sollt euch erinnern der könig lang lebe könig claudius er trägt die krone wie ich richtig meinest du vergisst wie du den könig zu grüßen hast nein ist die rache an diesem hof herrschen ungute zeiten fürchte dich fürchte was er dir nehmen kann nur wenn die angst davor dich wach hält bist du sicher hamlet wir können jetzt fliehen du hast meinen sohn gegen mich gewindet eure tochter ist ihm nicht zuträglich sie wollen mich verheiratet so seht sie nun ergreift sie rache wahnsinn das königreich ist verloren nichts ist so wie es scheint das königreich ist ein